Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem Git Tutorial. Heute geht es um GitHub, das heißt ihr wollt das Ganze jetzt mittlerweile online stellen, vielleicht mit anderen zusammenarbeiten, macht natürlich absolut Sinn. Letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie ihr das Ganze lokal benutzen könnt. Wir haben drei Dokumente reingetan in unser Git Folder und ja mittlerweile was ihr selbst machen solltet, was ich nicht für euch tun kann, ist ihr solltet euch einen Account auf github.com machen oder auf generell irgendwas, was euch ein Repository hosten kann. Das berühmteste ist höchstwahrscheinlich GitHub, nehme ich mal an, dass es auch jeder von euch kennt oder benutzen möchte. So, was ihr dann machen könnt, nachdem ihr euch angemeldet habt, geht ihr hier auf Your Profile und dann hier unter Repositories könnt ihr eure Repositories angucken. So, ich habe keine Public Repositories aktuell, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Wir machen jetzt hier einfach ein neues. So, und in dieses Repository kommt jetzt folgendes rein, nehme ich den Namen des Repositories. Das ist einfach jetzt mal in unserem Fall ein Test, das heißt wir nennen das ganze Ding Test. So, Repository named Test ist noch verfügbar. Public müsst ihr auswählen, weil Private würde was kosten. Ich kann Private auswählen, wenn ich was bezahle, aber ich möchte gerade nichts bezahlen, deswegen mache ich hier Public und ihr könnt auch eine Beschreibung anlegen. Das ist auch schon alles, was ihr hier machen müsst. Eine Readme-Datei ist immer sehr sinnvoll, wenn ihr das Ganze irgendwie veröffentlichen wollt. Readmes werden normalerweise immer zuerst gelesen lassen. Das sind die Dinger, die angezeigt werden. Da einfach, also in eine Datei namens Readme, in eurem, oder normalerweise schreibt man Readme.md, da macht ihr einfach ein neues Dokument Readme.md und hier rein könnt ihr dann einfach alles schreiben, was da so dargestellt werden soll. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir machen jetzt einfach, so, wir machen jetzt einfach ein leeres Repository, Create Repository und es ist da. So, jetzt steht hier schon ungefähr, was ihr machen müsst, aber in unserem Fall machen wir das einfach mal als Tutorial, logischerweise. Das heißt, wir wechseln wieder hier in unser lokales Repository hier rein und committen erstmal unser wunderbares Readme.md, in dem noch gar nichts drin steht. So, das heißt, wir machen Git Add Readme.md und dann machen wir ein Git Commit und wir können hier einfach die Nachricht Committed oder Edit Readme. So, fertig. Und jetzt haben wir schon dieses Readme hinzugefügt. Das war einfach eine kurze Wiederholung von letztem Mal. Jetzt müssen wir das ganze Ding irgendwie verknüpfen und zwar mit diesem Repository von Online müssen wir das Ding verknüpfen. Dazu brauchen wir diesen Link hier. Den müsst ihr euch kopieren. Einfach wie das Ding bei euch heißt. In meinem Fall ist es github.com themorphys407 slash test.git. Die Dinger hören immer auf einen Punkt Git auf und ihr braucht auch wirklich diese Endung Punkt Git. Einfach mal kopieren und wieder in eure Command Line wechseln. Jetzt könnt ihr hier einfach eingeben Git Remote Add Origin. So, und hier könnt ihr dann euren Link reinkopieren. Achtung, beim Kopieren nicht STRG-C drücken, sondern STRG-C drücken. Dann habt ihr den Link kopiert. Und fertig sind wir. Jetzt ist das Ganze verknüpft miteinander. Jetzt habt ihr sozusagen das Ding mit eurem Online-Konto verknüpft. Achtung, es ist noch nicht synchronisiert oder sowas. Das Ding ist immer noch leer wie mein Gehirn manchmal und ihr müsst natürlich dann auch noch selber damit arbeiten. Das macht ihr, indem ihr einfach hier sagt Git Push Minus U Origin Master. So, was ihr jetzt gemacht habt, ist ihr müsst den Username natürlich noch eingeben. Mein Username ist TheMorphys407. Mein Passwort ist ein bisschen komplizierter, da muss ich mal überlegen. Hat offensichtlich funktioniert. So sieht es zumindest aus. Jetzt wird sich gerade hier verknüpft und ihr könnt das Ding hochladen. Beziehungsweise es wird gerade für mich hochgeladen. Zumindest glaube ich, dass es funktioniert hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, dauert ein bisschen lang. Ich pausiere euch mal währenddessen. Aha, jetzt hat es funktioniert. Ich musste nur mal kurz neu starten. Das kann mal passieren, wenn ihr irgendwie ein Hyping habt oder mein Internet ist, glaube ich, gerade abgeschmiert oder keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Auf jeden Fall hat es jetzt funktioniert. Wunderbar. Wir haben unseren ganzen Branch committed. Das heißt, der Master Branch, der Hauptzweig sozusagen, ist jetzt online und für jeden einsehbar. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal Test aktualisiere, dann sehen wir hier, dass wir einen readme.md haben, ein unbenanntes Dokument, ein unbenanntes Dokument 2 und 3. So, und wir können jetzt hier auch sehen, dass ich als letztes dieses readme hinzugefügt habe. Das wollte ich nicht. Und ja, wir können hier aber auch auf den einzelnen Dingern sehen, welcher Commit das war. Das heißt, hier steht immer die Nachricht von dem Commit. Edit readme.md, äh, edit einfach nur readme, edit unbenanntes Dokument, edit 2 und 3, edit 2 und 3. So, wir haben einen Zweig, das ist der Masterzweig. Dazu werden wir dann in den folgenden Videos kommen, aber das können wir auch alles wieder normal oder lokal, besser gesagt, machen. Wir können hier alle Commits ansehen und wir können auch angucken, was ja genau passiert ist. Wir können zum Beispiel das hier machen und ja, wir sehen dann immer genau, was da so gerade passiert ist. Genau, ähm, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch für dieses Mal zeigen wollte. Das ist alles, was ihr braucht, um Git online zu stellen, also mit GitHub zum Beispiel zu verknüpfen. Ihr braucht ein Repository. Ja, und ähm, das war's von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.